Hallo und willkommen in meiner Küche. Im Winter gibt es keine frischen heimischen Früchte, aber diese Zeit gibt uns eine gute Gelegenheit aus exotischem Obst eine leckere Marmelade herzustellen. In diesem Video zeige ich, wie ich eine Ananaskonfitüre mit Datteln und Wintergewürzen mache. Diese Konfitüre ist nicht einfach nur süß, sondern bietet ein sehr komplexes Geschmackserlebnis. Hier habe ich 200 Gramm frische Ananas. Der untere Teil der Frucht ist übrigens immer schmackhafter als der obere. Die Stücke schneide ich in Würfel von circa einem halben Zentimeter Kantenlänge. Die Datteln werden entsteint und ebenfalls in kleine Würfel geschnitten. Alles kommt in einen Topf und ich gebe noch Zitronenschalenabrieb dazu, sowie einen Teelöffel Zitronensaft. Anschließend werden die Gewürze abgewogen. Unten rechts befinden sich zwei Körner Sternanis, in der Mitte Kardamom, welchen ich aus den Kapseln ausgelöst habe und oben links einige Körner Anis. Die Marmelade wird im Verhältnis 2 zu 1 zubereitet. Ich benötige also 100 Gramm Zucker, wovon ich 80 Gramm in diesen Mixbecher gebe. Dazu kommen die Gewürze. Um die Gewürze zu zerkleinern, wird alles gemixt und man erhält eine fein vermalene Mischung, die auf das Obst gegeben wird. Wer aufgepasst hat, dem ist natürlich aufgefallen, dass ich nur 80 Gramm Zucker in den Mixbecher gegeben habe. Die restlichen 20 Gramm werden in dieses kleine Gefäß gegeben und dort hinein gebe ich das Geliermittel, welches entsprechend der Gebrauchsanweisung abgewogen worden ist. Wie man Geliermittelzugaben berechnet, erkläre ich in diesem Video. Mein steriles Marmeladenglas zum Abfüllen steht bereit und es kann losgehen. Zucker und Früchte werden verrührt. Wasser braucht keins hinzugegeben zu werden. Der Zucker entzieht dem Obst Feuchtigkeit, was ausreichend ist. Alles wird zum Kochen gebracht. Es gibt Menschen, die mögen partout keine Fruchtstücke in der Marmelade und in diesem Falle püriert man die Masse mit dem Pürierstab durch. Je länger man püriert, desto feiner wird natürlich das Obst zerkleinert und die Marmelade wird cremiger. Ich persönlich mag auch Fruchtstücke und etwas Cremigkeit. Also püriere ich nur einen Teil, sodass ich das Beste beider Welten erhalte. Die Marmelade wird weiter kochen gelassen und sobald sie eine Temperatur von 101 Grad Celsius erreicht, rühre ich das Geliermittel ein und lasse sie noch weitere drei Minuten kochen. Durch das Kochen verliert die Masse weitere Feuchtigkeit und dickt ein, was man an den etwas schwerfälligen Blasen erkennen kann. Die Konfitüre ist fertig und kann abgefüllt werden, wozu ich immer diese Einfüllhilfe benutze. Die Marmelade schmeckt exotisch, interessant und anders. Natürlich schmecken die Gewürze hervor. Auch wenn nur sehr wenig Datteln verwendet wurden, kann man ihren Geschmack und ihr Fruchtfleisch erkennen. Anfangs ist man von der ungewöhnlichen Geschmackskombination überrascht, aber je öfter man von der Marmelade isst, desto mehr wird man in ihren Bann gezogen. Sie ist nicht nur einfach süß, sondern bietet ein sehr komplexes Geschmackserlebnis aufgrund der ungewöhnlichen Zutaten. Vielleicht seid ihr ja neugierig geworden und probiert sie einmal aus. Zutaten und Mengenangaben habe ich am Ende des Videos zusammengeschrieben. Hier lese ich die Zutatenliste vor, damit sie in den Untertiteln übersetzt werden können. Für ein Glas Ananas-Konfitüre benötigt man 200 Gramm frische Ananas, 20 Gramm Datteln entsteint, 120 Gramm Zucker, Zitronenschalenabrieb einer Viertel Bio-Zitrone, ein Teelöffel Zitronensaft, insgesamt 0,6 Gramm Gewürze, bestehend aus Kardamom, Sternanis und Anis. Geliermittel 2 zu 1 nach Packungsangabe. Ich wünsche euch viel Freude beim Genießen dieser wunderbaren Konfitüre und Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit! 1. 2. 3. 4. 6.